schönen guten tag hier ist die anne pros von anne pros kunst heute male ich ein abstraktes aquarell nehmt einfach verschiedene formen die ihr aufs blatt bringt und verschiedene farben ganz wie ihr das selbst euch vorstellt und ihr könnt mir jetzt dabei zuschauen wie das entsteht ein 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 Musik Musik Das eigentlich Aquarell ist fertig und jetzt nehme ich mir einen schwarzen Markierstift und bringe da Formen und Zeichnungen noch auf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit einem weißen Gelstift bringe ich auch noch verschiedene Markierungen auf. Mein neues Spielzeug, das sind Perlglanz, Acrylfarben, die dann schöne glänzende Oberflächen erzeugen und die bringe ich jetzt noch in das Bild rein, verschiedene Farben und werte dadurch das Bild dann auf und das hat dann einen Hauch von Luxus und sieht einfach toll aus, wenn das auch schön glänzt. Musik Musik Ich sage jetzt schon mal Dankeschön für euch, Zuschauen, liebe Kunstfreunde, ich freue mich, dass ihr da wart. Ciao, eure Anne Prost.